Klasse Block. Morgen. Kleine Verletzungspause verkraftet dieser Schütze. Und Schütze ist übrigens auch das Stichwort für Tim Schneider. Voller Pass von Siva. Sears. Schön abgelegt und der Dugkick von McClain. Hello. Sears auf McClain und dann steigt er hoch. Monroe. Schön, der Spin in die Zone. Wieder sehr geduldig von Monroe. Wir sehen, was die Verteidigung macht. Schön die Abwehr. Die Defense bewegt. Dann Booth. Wer hat ihn? Sears hat ihn. Und stoppt ihn. Justin Ziels mit einem Monsterdug. Welts muss jetzt abschließen. Schwierig. Rutt. Ganz schwerer Wurf. Mehr Notwurf geht's nicht. Der hat fast weggeschmissen. Wie ein Kugelstoßer. Und besser kann man das Spiel nicht eröffnen. Das sind die ersten Punkte. Die ersten Punkte. Sie war auf Sigma. Alle. 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 Towers. Aber reicht das nicht. Danke. Und dann der Putback-Duck von Gebo. Wo hat er die denn hergeholt? Wahnsinn. In Traffic. Über alle rüber. Vallejoop abgeschlossen von Paul Zipser. Die Bayern fangen an zu zaubern. Und noch mal. Und noch mal. Kevin Jebo. Gegen den Mann. Weil's so schön ist von oben. Nächste Flugstunde.